Willkommen zurück zu einem neuen Video, ich bin hier wieder mit Marvin, der macht richtig behinderte Sachen. Und wie ihr schon in diesem kleinen tollen Pre-Intro gesehen habt, haben wir gemacht, wir bauen nämlich gerade eine Map, dazu kommt heute oder morgen oder übermorgen noch ein anderes Video und da haben wir ein paar kleine Sachen, die man nicht machen darf, zum Beispiel darf man nicht wegschwimmen, darum geht es nicht in diesem Video und man darf nicht über diese Bäume, die hier überall sind, einfach drüber gehen, weil sonst könnte man, naja, einfach so über alles drüber klettern und das wäre doof, wie ihr gerade in diesem kleinen Pre-Intro gesehen habt, ist hier ein Loch in diesem Haus und darum ist er gerade hier durch diese Blätter durchgefallen, also wenn ich mir, wenn ich hier zum Beispiel mal auf diesen Block hier gehe, auf diesen Baum, dann seht ihr, falle ich da durch, Marvin kommt mal, dann sieht es besser aus, wenn wir das zeigen, so, also er lässt sich jetzt darauf fallen und fällt einfach durch, richtig nice. Einfach so. Das bricht unter meinem Gewicht zusammen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Manchmal funktioniert es aus irgendeinem Grund nicht, jetzt funktioniert es auf einmal, aber wenn man in Bewegung ist, also wenn man die ganze Zeit hier irgendwie steht, dann funktioniert es halt manchmal nicht, aber man ist halt in Bewegung und dann wird man halt, fällt man durch und zwar haben wir das so gemacht, dass wenn man über einen Block läuft, der Leafs ist und darunter zwei Blöcke Luft sind, also es wird ein Scoreboard gesetzt, wenn unter einem Leafs sind, auf eins, wenn zwei Blöcke darunter Luft ist, auf zwei, falls vorher das hier auf eins war und drei Blöcke darunter auf drei, falls das hier vorher auf zwei war. Das heißt also, falls hier Leafs sind und zwei Blöcke darunter Platz ist, wird der Spieler einen halben Block nach unten teleportiert, fällt also durch diesen Block durch und dann sieht es so aus, als würde er einfach ganz normal durch diesen Block einfach durchfallen. Wir könnten es auch mit 0,2 machen oder so, glaube ich, dann würde es auch noch funktionieren, aber 0,5 ist, glaube ich, ganz okay. Genau. Jedenfalls wäre das das eine. Wie das funktioniert, habe ich ja jetzt erklärt. Das andere Video nehmen wir gleich auch auf. Das kommt dann, wie gesagt, morgen, übermorgen oder sonst war. Wenn euch das Video gefallen hat und Marvin mich mit Schneebellen oder so abwirft, dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr Vorschläge für andere Sachen habt, könnt ihr die ja gerne in die Kommentare schreiben. Und Marvin wird jetzt ein ganz tolles Schlusswort machen, sage irgendwas. Also, ich möchte an dieser Stelle meine Großmutter grüßen. Dankeschön. Und dann wäre es das mit diesem Video sagen. Ja, dann wäre es das mit diesem Video sagen. Ihr würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Toll, toll. Und bis dahin und tschüss. Und du sagst jetzt auch tschüss. Tschüss. Genau. Toll, toll. Toll, toll.